St. Pauli zu Gast in Rostock. Ein Hochsicherheitsspiel. Um sich vor den Folgen möglicher Steinwürfe zu schützen, haben die Hamburger die Innenseiten der Busfenster mit Tesermand abgeklebt. 2000 Polizisten sollen Randale rund um diesen Zweitliga-Kick verhindern. Verhindern, dass die Anhänger der beiden Clubs aufeinandertreffen. Beim letzten Mal gab es Straßenschlachten. Jedes Jahr steigt die Zahl der Verletzten rund um Spiele in deutschen Bundesliga-Stadien. Ein Trend, der Anlass zu Besorgnis gibt. Köln, einer der größten Ultraszenen Deutschlands. Insgesamt mehr als 1000 Supporter. Darunter die wilde Horde. Hier vor der Fahrt zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. Gesänge und Leuchtfackeln sind jedoch nicht alles. An diesem Tag werden vor dem Kölner Hauptbahnhof auch Kanonschläge geworfen. In die Richtung von Reisenden. In die Richtung der Polizei. Die wilde Horde ist es, die einen brutalen Übergriff auf Polizeibeamte begangen hat. Nach dem Heimspiel am 5. Februar 2011 treffen die Ultras in Köln-Müngersdorf auf Einsatzleiter Volker Lange und seinen Stellvertreter Ralf Remmert. Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen kann Ralf Remmert darüber nicht öffentlich reden. Sein Kollege spricht über seine Erinnerung an diesen Tag. Wir sind im Prinzip an uns vorbeigegangen und haben dann dem Kollegen Remmert im Vorbeigehen die Mütze vom Kopf gerissen und sind weggelaufen. Der Täter ist weggelaufen. Er ist schnell hinterher und hat ihn sich festgehalten und hat gesagt, Mütze, Herr Freund. Dann hat sofort eine Solidarisierung eingesetzt und 20, 30 Leute sind hinterhergelaufen und haben auf ihn eingeschlagen von hinten mit Fäusten. Und in dieser Phase, wir hatten auch diese gelben Jacken an, also weithin sichtbar, sind dann mehrere Leute auf ihn rumgesprungen und haben auf ihn rumgetreten, als wenn man ein Feuer austreten will. Also das Bild hat sich mir eingebrannt. Eine gelbe Jacke und viele Füße, die darauf rumtreten, darauf rumgesprungen sind. Er hat sich nur noch geschützt, hat quasi den Kopf unter den Armen verborgen und hat mir dann auch spontan danach gesagt, ich habe immer gehofft, hoffentlich passiert nicht das gleiche Schicksal wie Daniel Nivell. Der Angriff sorgt für Empörung und Schlagzeilen, bundesweit. Der Fall hätte aber auch durchaus noch ganz anders ausgehen können, sagen Polizisten, die die Szene kennen. Wir haben Glück gehabt, dass nicht die ein oder andere Kollegin, der ein oder andere Kollege getötet wurde beim Fußball. Wir haben mit Sicherheit das ein oder andere Spiel gehabt, wo es knapp davor war, insbesondere wenn ich alleine dann von so einer Gruppe angegangen wäre, am Boden liege. Und man tritt dann massiv auf denjenigen ein. Wenn da eben, das haben wir ja auch erlebt in den letzten Jahren, vielleicht massive Tritte gegen den Kopf erfolgen, dann kann das auch zum Tode führen. Ein paar Tage nach dem Angriff von Köln-Müngersdorf bekennt sich im Internet die wilde Horde zu diesem Vorfall. Kündigt an, die Beteiligten aus ihren Reihen auszuschließen. Von Bedauern ist die Rede. Eine persönliche Entschuldigung gegenüber den Kölner Polizisten gibt es bis heute nicht. Als wir über ein Interview anfragen, werden wir abgewiesen. Mit uns reden will man nicht. Wenn die Entschuldigung erfolgt auf der Homepage, dann wünscht man sich vielleicht eben mehr, dass dann eben auch noch eine persönliche Entschuldigung erfolgt. Aber leider ist sie nicht erfolgt, weil eben auch die Feindbilder so groß sind. Also gegenüber Polizei ist halt das Feindbild so, dass man da ganz große Schwierigkeiten hat, sich dann persönlich bei Polizei zu entschuldigen. Polizei und Ultras. Seit einiger Zeit ist dies ein Spannungsverhältnis. Die Ultras. Eine Jugendbewegung, die seit Jahren die Stadien bevölkert, für Stimmung sorgt und deren Vertreter nur selten vor Fernsehkameras gehen. Man beschäftigt sich rund in die EU mit dem Verein, mit der Gruppe, mit dem, was passiert. Man setzt sich viel mit politischen Themen auseinander, was so gerade in der Öffentlichkeit gerade los ist. Gerade was uns Fußballfans auch betrifft, sei es zum Beispiel Stadionverbot ist zum Beispiel so ein Thema. Oder Anreisen oder Polizeieinsätze oder all solchen Themen, die arbeitet man auch gemeinsam auf. Genauso hat so eine Gruppe vor allem auch eine unheimlich hohe soziale Funktion, weil wir die Schicht, aus der wir kommen, die ist unterschiedlich. Von 16 bis über 50 haben wir Leute, die bei uns Mitglied sind. Und dementsprechend individuell sind wir auch alle, aber letztendlich CDHSV, für den wir alle nachher an einem Strang ziehen. Und das macht diese Gruppen auch immer so unheimlich vielfältig und interessant. Egal, was die jungen Menschen alles nicht können, aber sie finden in ihrer Gruppe Anerkennung und absolute Wertschätzung. Das Einzige, was sie geben müssen, ist Engagement und Loyalität. Und das ist etwas, was in großen Teilen der Gesellschaft gar nicht mehr gegeben wird, wo alles nur noch, ich sag mal, einem gnadenlosen Konkurrenzkampf unterworfen ist, der schon quasi im Kindergarten in der Auslese losgeht. Und das ist etwas, was ganz offensichtlich eine große Bedeutung für junge Menschen hat, dass man sich auch zusammenfinden kann, ohne gleich ans wirtschaftliche Fortkommen zu denken. Frankfurt am Main, Ende Oktober 2011. Es ist DFB-Pokalspieltag, zweite Hauptrunde. Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FC Kaiserslautern ein Nachbarschaftsduell. Polizisten auf dem Rückzug. Die Bilder erinnern an den 1. Mai in Berlin-Kreuzberg. Flaschen und Steine fliegen, auch hier wieder Kanonenschläge. Es gibt Festnahmen und Verletzte. Ein Polizist wird von einem faustgroßen Stein getroffen, ein Fan im Gedränge am Bahnhof von einem Zug erfasst. Gruppen wie die Rostocker, die Frankfurter Ultraszene und in Teilen vielleicht auch Kölner sind für uns nicht mehr erreichbar. Da ist es auch illusorisch zu glauben, dass die mit uns sprechen. Das ist aber dann auch schon der Teil, wo man sagt, die neigen eben bei emotionalen Situationen, bei gewissen Spielentscheidungen, bei gewissen Spielverläufen, wenn vielleicht auch noch Alkohol hinzukommt, dazu, dass es eben zu Gewalttätigkeiten kommt. Ultras gegen Polizei. Die Fronten werden immer härter. Und manchmal reagiert auch die Polizei unverhältnismäßig. Bremen HSV im September 2010. Nach dem Abpfiff sperrt die Polizei den Ausgang der Gästefans. Es kommt zur Panik. Der HSV-Ultra Christian Biberstein war damals dabei. Wir haben es vor genau einem Jahr ungefähr in Bremen erlebt, wie das damals eskalieren konnte. Und da waren hunderte von Unbeschuldigten daran beteiligt. Das ging noch nicht mal irgendwie Stress mit Ultragruppierung, sondern es ging einfach darum, dass die Polizei eine Taktik gefahren hat, die einfach alle betroffen hat und wo es danach heraus zu resultieren auch einen Schwerverletzten bei uns gab. Es ist halt die Verhältnismäßigkeit, die hat teilweise echt fehlt. Also man wird ja teilweise wirklich behandelt wie ein Tier. Wenn da Gas gespült wird, also dieses CS-Gas, das ist Horror. Weil die Leute anschlafen, man kann nicht wegkommen, man kommt nicht, es tut ja auch weh in den Alten. Das ist ja auch, also von daher ist diese Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und das sind Methoden wie im Mittelalter. Es gibt viele Beschwerden von Fußballfans und das bezieht sich nicht nur auf die kleine Gruppe von Ultras oder von den Gewaltbereiten, sondern von oftmals großen Gruppen von Fußballfans, was den Umgang durch die Polizei angeht. Also dass da nicht differenziert genug vorgegangen wird, dass da quasi alle über einen Kamm geschert werden und auch keine Rücksicht genommen wird auf friedliche Fans. Und das ist etwas, wo ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt diese Vorfälle letztendlich und wo es auch eine Bereitschaft bei der Polizei erfordert, darüber nachzudenken, welche Einsatzstrategien die richtigen sind, die angemessenen sind, um nicht noch negativere Reaktionen hervorzurufen. Die Sicherheit in den deutschen Fußballstadien. Seit dem DFB-Pokalspiel von Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund wird sie bundesweit diskutiert. Nicht zuletzt, weil die Partie in Dortmund dreimal unterbrochen werden musste, kurz vor dem Spielabbruchstand. Das gab es im deutschen Fußball schon lange nicht mehr. Zur besten TV-Sendezeit inszenieren sich Dynamo Dresden-Fans. Es gibt Festnahmen, Pfefferspray wird eingesetzt. Das da gezeigte Verhalten einiger Fans bzw. einiger Fangruppen war völlig unakzeptabel. Und wir machen sehr viel im präventiven Bereich, wir setzen sehr viel auf Dialog. Aber an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch fragen, ob da nicht verschärfte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Seit den Vorfällen von Dortmund werden öffentlich harte Strafen diskutiert. Vom DFB-Pokal aus bis hin zum Ausschluss ganzer Fangruppen. Hintergrund des massiven Zündelns in deutschen Arenen ist die Diskussion um die Legalisierung der Pyrotechnik. Für die Ultras ein Wesenskern ihrer eigenen Kultur. Pyrotechnik gehört einfach zum, das ist ein Stilmittel, das gehört wie eine Fahne, das ist belebt auch eine Kurve. Und das sieht auch einfach nett aus, das ist halt so einfach ein weiterer Teil der Fangkultur. Dreimal haben sich Vertreter der Ultras mit DFB und DFL-Offiziellen in Frankfurt getroffen. Diskutiert wurde, unter welchen Bedingungen bengalische Feuer und Fackeln im Stadion verwendet werden dürfen. Bis dann plötzlich die Führungsspitze des deutschen Fußballs die Diskussion abrupt beendete. Die Pyrotechnik hat im Stadion nichts zu suchen. Sie ist illegal, sie entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften. Und das heißt, wenn es gemacht wird, begeht man einen Gesetzesverstoß. Und auf dieser Grundlage muss, soweit die Kapazitäten reichen, eingeschritten werden. Der unkontrollierte Umgang mit Pyrotechnik. Bei Nürnberger Fans führte das im Frühjahr 2010 zu zwei Schwerverletzten. Insgesamt hat sich die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Personen bei Spielen der 1. und 2. Bundesliga in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Von den über 800 Verletzten in der letzten Saison waren mehr als ein Drittel Unbeteiligte. Die Erhöhung der Verletzten von unbeteiligten Personen, das ist zum einen, dass auch von Fanseiten neben bengalischen Fackeln oftmals jetzt Böller eingesetzt werden, die zu Schädigungen, Knalltraumata und Schlimmerem führen, wo man gar nicht einschätzen kann, wen man letztendlich trifft. Wenn so ein Böller jetzt Münster gegen Osnabrück ist ja so ein Beispiel gewesen, fatale Folgen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch der Einsatz von CS-Gas, der ist nicht zielgerichtet einzusetzen oder in ganz geringen Fällen. Und wir haben das Beispiel gehabt, Darmstadt 98 gegen Erfurt. Darmstadt spielt in Erfurt. Da wird von 55 verletzten Personen, auch Polizeibeamten gesprochen. Und alle denken, es war aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass 52 der Verletzungen durch den Einsatz von CS-Gas gekommen sind. Die Ultras, eine neue radikale Jugendbewegung, bevölkert die deutschen Stadien. Sie wollen bei den Entscheidungen ihrer Fußballclubs mitreden. Zornig sein, wenn ihre Stars lustlos kicken. Das sind alles Sachen, die uns fans betreffen. Das ist unsere Materie. Da werden Namen geändert, Vereinshaben geändert, Stadienhaben geändert. Natürlich wollen wir damit reden. Das ist auch unser Anspruch und das ist auch gut, dass es so ist. Und nur weil wir in einer Kurve stehen, sind wir ja nicht die schlechteren Entscheider, sondern wir hängen mit Herz an dem Verein. Wir wollen dem Verein nicht stecktes. Aber wir möchten auch unsere Identität behalten. Und die Identität ist unser Verein und nicht irgendein künstlich erzeugtes Objekt, was man nach außen gut verkaufen kann. Engagement bis hin zum Fanatismus. Fanatismus, der manchmal keine Grenzen mehr kennt, der die Staatsmacht herausfordert. Oft reicht ein Funken, manchmal ist der Anlass ein Hochsicherheitsspiel. Wie hier im Nordderby zwischen Hansa und St. Pauli im November 2009. Wir stehen im Moment auf so einer Stelle, wo sich die Waage ausschlagen wird. Gehen wir weiter in dem Bereich, dass die Gewalttätigkeiten zunehmen oder kriegen wir einfach da diese Sache in den Griff? Dafür ist Voraussetzung, dass jeder die Rolle des anderen versteht und akzeptiert, dass jeder bereit ist, eben diese Störergruppen zu benennen auch. Und dass wir sie aus der Anonymität drängen. Und wenn das nicht passiert, glaube ich, werden die Zahlen uns einholen. Und wir werden weiter so dramatische Zahlen haben. Diese kühle, geplante, kalte Gewalt, die in Teilen der Ultragruppen auch angewendet wird, ist eine, die auch für den Fußball gefährlich ist. Nicht nur für die Menschen gefährlich, sondern auch für die Entwicklung innerhalb der Fanszene gefährlich ist. Aber es passiert nicht nur im Fußball, tatsächlich nicht nur im Fußball. Und Fußball sind wahrscheinlich die Kräfte, die man dagegen einsetzen kann. Das ist meistens Kommunikation, das ist Miteinander. Die sind stärker ausgeprägt als in anderen Teilen der Gesellschaft. Das ist meistens der Fall leider so, dass die Polizei halt am Ende sagt, nö, wir machen das jetzt so. Und natürlich sind wir damit unzufrieden. Natürlich sind Gruppen damit unzufrieden. Und das ist vollkommen legitim. Also bei Dialog, wenn Dialogschaften nochmal Lösungen finden. Und Lösungen werden leider viel zu selten gesucht. Und wenn sie gesucht werden, werden sie nicht umgesetzt. Und das finde ich mal relativ schade. Fans gegen Polizei. Ein Ausweg scheint nicht in Sicht. In Rostock hat man schon resigniert. Trotz intensiver Vorkontrollen wurde im Stadion wieder einmal mehrfach gezündelt. Wurden Leuchtspurraketen abgeschossen. Das Abfall von Rauchbuch und Rakete. Bitte, ihr verletzt. Nicht nur euch selber eventuell, sondern auch dann bitte, lasst uns bleiben. Nach Spielschluss sind die eingesetzten Polizei- und Festnahmeeinheiten dann wieder gefordert. Hansa-Rostock-Fans wollen Barrikaden bauen. Der Frust sitzt tief nach der Niederlage gegen den Erzrivalen. Kanonschläge detonieren. Bei ihrer Abfahrt werden drei St. Pauli-Busse mit Stein beworfen. Zehn Verletzte, 33 Festnahmen gibt es diesmal. Die Gewalt rund um deutsche Stadien wird die Öffentlichkeit noch lange beschäftigen. Bis dann plötzlich die Führungsspitze des deutschen Fußballs die Diskussion abrupt beendete. Die Pyrotechnik hat im Stadion nichts zu suchen. Sie ist illegal. Sie entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften. Und das heißt, wenn es gemacht wird, begeht man einen Gesetzesverstoß. Und auf dieser Grundlage muss, soweit die Kapazitäten reichen, eingeschritten werden. Der unkontrollierte Umgang mit Pyrotechnik. Bei Nürnberger Fans führte das im Frühjahr 2010 zu zwei Schwerverletzten. Insgesamt hat sich die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Personen bei Spielen der 1. und 2. Bundesliga in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Von den über 800 Verletzten in der letzten Saison waren mehr als ein Drittel Unbeteiligte. Die Erhöhung der Verletzten von unbeteiligten Personen, das ist zum einen, dass auch von Fanseiten neben bengalischen Fackeln oftmals jetzt Böller eingesetzt werden, die zu Schädigungen, Knalltraumata und Schlimmerem führen, wo man gar nicht einschätzen kann, wen man letztendlich trifft. Wenn so ein Böller jetzt Münster gegen Osnabrück ist ja so ein Beispiel gewesen, fatale Folgen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch der Einsatz von CS-Gas, der ist nicht zielgerichtet einzusetzen oder in ganz geringen Fällen. Und wir haben das Beispiel gehabt, Darmstadt 98 gegen Erfurt. Darmstadt spielt in Erfurt. Da wird von 55 verletzten Personen, auch Polizeibeamten gesprochen. Und alle denken, es war aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass 52 der Verletzungen durch den Einsatz von CS-Gas gekommen sind. Die Ultras, eine neue radikale Jugendbewegung, bevölkert die deutschen Stadien. Sie wollen bei den Entscheidungen ihrer Fußballclubs mitreden. Sie wollen zornig sein, wenn ihre Stars lustlos kicken. Das sind alles Sachen, die uns Fans betreffen. Das ist unsere Materie. Da werden Namen geändert, Vereinshaben geändert, Stadienhaben geändert. Natürlich wollen wir damit reden. Das ist auch unser Anspruch. Und das ist auch gut, dass es so ist. Und nur weil wir in einer Kurve stehen, sind wir ja nicht die schlechteren Entscheider. Sondern wir hängen mit Herz an dem Verein. Wir wollen den Verein nicht schlechthes. Aber wir möchten auch unsere Identität behalten. Und die Identität ist unser Verein. Und nicht irgendein künstlich erzeugtes Objekt, was man nach außen gut verkaufen kann. Engagement bis hin zum Fanatismus. Fanatismus, der manchmal keine Grenzen mehr kennt. Der die Staatsmacht herausfordert. Oft reicht ein Funken. Manchmal ist der Anlass ein Hochsicherheitsspiel. Wie hier im Nordderby zwischen Hansa und St. Pauli im November 2009. Wir stehen im Moment auf so einer Stelle, wo sich die Waage ausschlagen wird. Gehen wir weiter in dem Bereich, dass die Gewalttätigkeiten zunehmen oder kriegen wir einfach da diese Sache in den Griff? Dafür ist Voraussetzung, dass jeder die Rolle des anderen versteht und akzeptiert. Dass jeder bereit ist, eben diese Störergruppen zu benennen auch. Und dass wir sie aus der Anonymität eben drängen. Und wenn das nicht passiert, glaube ich, werden die Zahlen uns ein. Im präventiven Bereich. Wir setzen sehr viel auf Dialog. Aber an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch fragen, ob da nicht verschärfte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Seit den Vorfällen von Dortmund werden öffentlich harte Strafen diskutiert. Vom DFB-Pokal aus bis hin zum Ausschluss ganzer Fangruppen. Hintergrund des massiven Zündelns in deutschen Arenen ist die Diskussion um die Legalisierung der Pyrotechnik. Für die Ultras ein Wesenskern ihrer eigenen Kultur. Pyrotechnik gehört einfach zum Stilmittel. Das gehört wie eine Fahne. Das ist belebt auch eine Kurve. Und das sieht auch einfach nett aus. Das ist halt einfach ein weiterer Teil der Fangkultur. Dreimal haben sich Vertreter der Ultras mit DFB- und DFL-Offiziellen in Frankfurt getroffen. Diskutiert wurde, unter welchen Bedingungen bengalische Feuer und Fackeln im Stadion verwendet werden dürfen. Bis dann plötzlich die Führungsspitze des deutschen Fußballs die Diskussion abrupt beendete. Die Pyrotechnik hat im Stadion nichts zu suchen. Sie ist illegal. Sie entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften. Und das heißt, wenn es gemacht wird, begeht man einen Gesetzesverstoß. Und auf dieser Grundlage muss, soweit die Kapazitäten reichen, eingeschritten werden. Der unkontrollierte Umgang mit Pyrotechnik. Bei Nürnberger Fans führte das im Frühjahr 2010 zu zwei Schwerverletzten. Insgesamt hat sich die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Personen bei Spielen der 1. und 2. Bundesliga in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Von den über 800 Verletzten in der letzten Saison waren mehr als ein Drittel Unbeteiligte. Die Erhöhung der Verletzten von unbeteiligten Personen, das ist zum einen, dass auch von Fanseiten neben bengalischen Fackeln oftmals jetzt Böller eingesetzt werden, die zu Schädigungen, Knalltraumata und Schlimmerem führen, wo man gar nicht einschätzen kann, wen man letztendlich trifft. Wenn so ein Böller jetzt Münster gegen Osnabrück ist, ist ja so ein Beispiel gewesen, fatale Folgen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch der Einsatz von CS-Gas, der ist nicht zielgerichtet einzusetzen oder in ganz geringen Fällen. Und wir haben das Beispiel gehabt, Darmstadt 98 gegen Erfurt. Darmstadt spielt in Erfurt. Da wird von 55 verletzten Personen, auch Polizeibeamten gesprochen. Und alle denken, es war aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass 52 der Verletzungen durch den Einsatz von CS-Gas gekommen sind. Die Ultras, eine neue radikale Jugendbewegung, bevölkert die deutschen Stadien. Sie wollen bei den Entscheidungen ihrer Fußballclubs mitreden. Und zornig sein, wenn ihre Stars lustlos kicken. Das sind alles Sachen, die uns Fans betreffen. Das ist unsere Materie. Da werden Namen geändert, Vereinshaben geändert, Stadienamen geändert. Da natürlich wollen wir damit reden. Und das ist auch unser Anspruch. Und das ist auch gut, dass es so ist. Und nur weil wir in einer Kurve stehen, sind wir ja nicht die schlechteren Entscheider. Sondern wir hängen mit Herz an dem Verein. Wir wollen den Verein nicht stecktes. Aber wir möchten auch unsere Identität behalten. Und die Identität ist unser Verein und nicht irgendein künstlich erzeugtes Objekt, was man nach außen gut verkaufen kann. Das ist im deutschen Fußball schon lange nicht mehr. Zur besten TV-Sendezeit inszenieren sich Dynamo Dresden-Fans. Es gibt Festnahmen. Pfefferspray wird eingesetzt. Das da gezeigte Verhalten einiger Fans bzw. einiger Fangruppen war völlig unakzeptabel. Und wir machen sehr viel im präventiven Bereich. Wir setzen sehr viel auf Dialog. Aber an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch fragen, ob da nicht verschärfte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Seit den Vorfällen von Dortmund werden öffentlich harte Strafen diskutiert. Vom DFB-Pokal aus bis hin zum Ausschluss ganzer Fangruppen. Hintergrund des massiven Zündelns in deutschen Arenen ist die Diskussion um die Legalisierung der Pyrotechnik. Für die Ultras ein Wesenskern ihrer eigenen Kultur. Pyrus gehört einfach zum Stilmittel. Das gehört wie eine Fahne. Das ist belebt auch eine Kurve. Und das sieht auch einfach nett aus. Das ist halt so ein weiterer Teil der Fangkultur. Dreimal haben sich Vertreter der Ultras mit DFB- und DFL-Offiziellen in Frankfurt getroffen. Diskutiert wurde, unter welchen Bedingungen bengalische Feuer und Fackeln im Stadion verwendet werden dürfen. Bis dann plötzlich die Führungsspitze des deutschen Fußballs die Diskussion abrupt beendete. Die Pyrotechnik hat im Stadion nichts zu suchen. Sie ist illegal. Sie entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften. Und das heißt, wenn es gemacht wird, begeht man einen Gesetzesverstoß. Und auf dieser Grundlage muss, soweit die Kapazitäten reichen, eingeschritten werden. Der unkontrollierte Umgang mit Pyrotechnik. Bei Nürnberger Fans führte das im Frühjahr 2010 zu zwei Schwerverletzten. Insgesamt hat sich die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Personen bei Spielen der 1. und 2. Bundesliga in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Von den über 800 Verletzten in der letzten Saison waren mehr als ein Drittel Unbeteiligte. Die Erhöhung der Verletzten von unbeteiligten Personen, das ist zum einen, dass auch von Fanseiten neben bengalischen Fackeln oftmals jetzt Böller eingesetzt werden, die zu Schädigungen, Knalltraumata und Schlimmerem führen, wo man gar nicht einschätzen kann, wen man letztendlich trifft. Wenn so ein Böller jetzt Münster gegen Osnabrück ist ja so ein Beispiel gewesen, fatale Folgen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch der Einsatz von CS-Gas, der ist nicht zielgerichtet einzusetzen oder in ganz geringen Fällen. Und wir haben das Beispiel gehabt, Darmstadt 98 gegen Erfurt. Darmstadt spielt in Erfurt. Da wird von 55 verletzten Personen, auch Polizeibeamten gesprochen. Und alle denken, es war aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass 52 der Verletzungen durch den Einsatz von CS-Gas gekommen sind. Die Ultras, eine neue radikale Jugendbewegung, bevölkert die deutschen Stadien. Sie wollen bei den Entscheidungen ihrer Fußballclubs mitreden. Zornig sein, wenn ihre Stars lustlos kicken. Das sind alles Sachen, die uns Fans betreffen. Das ist unsere Materie. Da werden Namen geändert und das macht diese Gruppen auch immer so unheimlich vielfältig und interessant. Egal, was die jungen Menschen alles nicht können, aber sie finden in ihrer Gruppe Anerkennung und absolute Wertschätzung. Das Einzige, was sie geben müssen, ist Engagement und Loyalität. Und das ist etwas, was in großen Teilen der Gesellschaft gar nicht mehr gegeben wird, wo alles nur noch einem gnadenlosen Konkurrenzkampf unterworfen ist, der schon quasi im Kindergarten in der Auslese losgeht. Und das ist etwas, was ganz offensichtlich eine große Bedeutung für junge Menschen hat, dass man sich auch zusammenfinden kann, ohne gleich ans wirtschaftliche Fortkommen zu denken. Frankfurt am Main, Ende Oktober 2011. Es ist DFB-Pokalspieltag, zweite Hauptrunde. Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FC Kaiserslautern ein Nachbarschaftsduell. Polizisten auf dem Rückzug. Die Bilder erinnern an den 1. Mai in Berlin-Kreuzberg. Flaschen und Steine fliegen. Auch hier wieder Kanonenschläge. Es gibt Festnahmen und Verletzte. Ein Polizist wird von einem faustgroßen Stein getroffen, ein Fan im Gedränge am Bahnhof von einem Zug erfasst. Gruppen wie die Rostocker, die Frankfurter Ultraszene und in Teilen vielleicht auch Kölner sind für uns nicht mehr erreichbar. Da ist es auch illusorisch zu glauben, dass die mit uns sprechen. Das ist aber dann auch schon der Teil, wo man sagt, die neigen eben bei emotionalen Situationen, bei gewissen Spielentscheidungen, bei gewissen Spielverläufen, wenn vielleicht auch noch Alkohol hinzukommt dazu, dass es eben zu Gewalttätigkeiten kommt. Ultras gegen Polizei. Die Fronten werden immer härter. Und manchmal reagiert auch die Polizei unverhältnismäßig. Bremen HSV im September 2010. Nach dem Abpfiff sperrt die Polizei den Ausgang der Gästefans. Es kommt zur Panik. Der HSV-Ultra, Christian Biberstein, war damals dabei. Wir haben es vor genau einem Jahr ungefähr in Bremen erlebt, wie das damals eskalieren konnte. Und da waren hunderte von Unbeschuldigten daran beteiligt. Das ging noch nicht mal irgendwie Stress mit Ultragruppierung, sondern es ging einfach darum, dass die Polizei eine Taktik gefahren hat, die einfach alle betroffen hat und wo es dann auch einen Schwerverletzten bei uns gab. Es ist halt die Verhältnismäßigkeit, die hat teilweise echt fehlt. Also man wird ja teilweise wirklich behandelt wie ein Tier. Wenn da Gas gespült wird, also dieses CS-Gas, das ist Horror. Weil die Leute anschlafen, man kann nicht wegkommen, man kommt nicht, es tut ja auch weh in den Alten. Das ist ja auch, also von daher ist diese Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und das sind mit Tonen wie im Mittelalter. Es gibt viele Beschwerden von Fußballfans und das bezieht sich nicht nur auf die kleine Gruppe von Ultras oder von den Gewaltbereiten, sondern von oftmals großen Gruppen von Fußballfans, was den Umgang durch die Polizei angeht. Also dass da nicht differenziert genug vorgegangen wird, dass da quasi alle über einen Kamm geschert werden und auch keine Rücksicht genommen wird auf friedliche Fälle.